So schaut es aus. Die 10. war die Dezente. Und was machen wir hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Nein, wir sind hier am Bisamberg beim Norbert Walter und machen das Video für unsere Augusttermine. Ganz in Blau, so wie ein Fägerlstrauß, sog ich beim Herrigen zu einer Schirchenmacht. Gestatten Sie, mein Name ist Manfred. Und ich tät, wo ich recht gern schauen, wo's eine geht. Die Netfe, die nimmt mich gleich beim Wort. Die hat bestimmt auch so ein Trottokwo. Und ich in meinem Rauschgaland, heut geh ich an um ihre Hand. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Wir nüchtern noch drei Tag, hab ich auch gehabt schon ein Frack. Und dann frag ich, wenn ich den Stress auch dran. Ich in Schwarz und fühl zu engen Schuach, steh ich neben mir am Standesamt und Fluch. Sie sind in Weiß und keiner frisst den Schmöch. Ohlas lacht und sagt, der Grummi ist a wöch. Vor uns ein Mann spricht Zeit euch ewig treu. Dann sagst ja, dann kriegst ein Ring, dann ist es vorbei. Doch er kann's nur eines tun. Du saufst weder jetzt aus tun. Und sie ist die Welt nur blau im Blau. Denn wannst wieder besoffen bist, wirst am Ende ein Biger misst und aus daheim. Am Schluss die Zehnte Frau. Die Zehnte? Die Zehnte? Die Zehnte, die Zehnte. Die Zehnte war die Dezente. So schaut's aus. Die Zehnte war die Dezente. Die Zehnte war die Dezente. So schaut's aus. Die Zehnte war die Dezente. So schaut's aus. Die Zehnte war die Dezente. Die Zehnte war die Dezente. So schaut's aus. Die Zehnte wäch.